hallo und herzlich willkommen meine lieben anime freunde wosch da lausch ja wie ihr vielleicht mitbekommen habt seit ein paar wochen kam jetzt von mir keine videos wie gesehen habt hier vor drei wochen hatte ich jetzt zwei videos noch gestartet und zwar ein sänger sängerin ist aber was sich damit auf sich hat der kollege der hat irgendwie bis jetzt nicht gemeldet ich weiß nicht ob er im urlaub ist oder einfach keine zeit hat oder gerade irgendwie nicht so angesprochen ist weiß ich nicht deswegen habe ich eigentlich gewartet und wollte eigentlich wieder damit durchstarten wenn dieser song fertig ist und der einmal gesungen wurde und einmal als trailer dient leider hat sich das jetzt alles ein bisschen verzogen und wie gesagt krank war ich ja auch das gingen so 12 wochen und seit letzter woche oder wochen geht es mir so einigermaßen wieder gut sag ich mal und ja ich muss sagen dieses mit dem anime videos und so das war jetzt so muss ich sagen eine findungsphase also ich mache es kurz und knapp und zwar habe ich noch einen alten gaming channel hier der hier mit dem habe ich ja mal angefangen der lief ja auch ganz okay da sind immer noch die 150 abos drauf und da habe ich viel geil richtig viele videos gemacht ich hatte da über 160 videos oder so drauf wie ihr sehen könnt wirklich alles war dabei let's plays let's push und was weiß ich nicht alles da gab es richtig viel und ich habe mich jetzt halt entschieden diesen alten channel wieder aufleben zu lassen und habe schon angefangen falls ihr mir auf facebook oder so gefolgt seid logos zu erstellen neuen namen zu finden und ja möchte mich halt wieder ein bisschen auf gaming spezialisieren deswegen wird der channel so in den nächsten tagen oder ich sag mal in den nächsten ein bis zwei wochen wieder anfangen hier das heißt ihr könnt gerne auch den abonnieren wenn ihr einmal bei mir noch ein paar let's plays sehen wollt oder so dann geht es natürlich los mit watchdogs etc das wird aber alles auf diesem channel hier nochmal extra erwähnt und den anime channel der jetzt aktuell läuft wo halt immer noch ab und zu abos kamen jetzt gehen wir zwei weg klar weil keine videos kommen ist natürlich verständlich hier möchte ich es so machen dass ich vielleicht nur noch ein bis zwei videos die woche hoch bringen also dass das so mein zweiter nebenbei läuft und der halt nicht ja ich sag mal nicht ganz so mehr im mittelpunkt steht weil ich mich doch lieber mehr aufs gaming beziehen möchte also leute das liegt jetzt nun bei euch ich habe euch die infos gegeben abonniert doch beide channel seid immer bei beiden auf dem laufenden wenn ihr auf games steht dann abonniert den channel hier der wird noch mal komplett neu aufgelegt die seien und so sind alle schon fertig und wenn ihr noch ein paar anime videos sehen wollt so ein bis zweimal die woche dann bleibt auf diesem channel hier und ja das war es eigentlich kurz und knapp wollte ich noch mal erwähnen warum ich halt letzten tage keine videos gebracht habe und so ich war halt so ein bisschen in der erfindungsphase auch so ein bisschen unmotiviert und so und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein jetzt wüsste wieso weshalb warum und ja das war es leute haut rein und wir sehen uns in einen der nächsten videos tschüss